Was ist die Veränderung des Willens in Bogotá? Die möglich sein kann, wenn Futurskräfte ein größeres Engagement haben, um sicherzustellen, dass die untersuchten Projekte vollständig entwickelt sind. Auf der anderen Seite ist es wichtig, den Wurden bewusst zu machen, sich um die Stadt zu kommen, ohne ihren Ursprung zu verhängen. Die Frage ist, warum Kultur zu haben?